Der Frühling verspricht allen Mann, bunt und fröhlich zu werden. Und wenn Sie die neue Mode nicht nur als Fototrauma leben möchten, dann sollten Sie jetzt schleunigsten Besuch machen im nächsten Coop-Warenhof. Dort findet übrigens wieder ein spannender Wettbewerb und eine grosse Verlosung statt. Mit den Preisen können Sie gerade auch Ihre eigene Modenschau fotografieren. Es gibt Canon-Spiegelreflexkameras, Canon-Kompaktkameras, Kodak-Fotototaschen, verschiedene Filme und so weiter. Also, viel Glück! Der Coop-Metzgermeister hat uns für heute ein Kalbsrollbrot empfohlen. Ich mache ihn an la Doña Rosita. Das Fleisch mit Zitronensaft beträufeln und etwa eine halbe Stunde marinieren. Dann von allen Seiten gut anbroten, salzen, besteckte Zäbeln und ein Kalbsfässchen dazu legen. Mit Bouillon und Weisswein ablöschen. Und dann während etwa 30 bis 40, ich würde sogar sagen 50 Minuten, im vorgewärmten Ofen schmoren. Während dieser Zeit Peperoni, Tomaten und Champignons schneiden und rund ums Fleisch verteilen. Also, dazu kommen dann noch Oliven. Nach weiteren 20 bis 30 Minuten im Ofen kann man das Fleisch auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Das Rezept für dieses Kalbsrollbrot Doña Rosita finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Und morgen der ganze Tag im Teletext, Seite 270. Einen guten Tag. Zum Anfang die aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es zu den Ostern verschiedene Spielwaren zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel das BMX-Velo für nur 99 Franken. Avela Damenstrumpfhose sind pro Bar 50 Rappen günstiger. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Zweifelpombchips Natur oder Paprika statt 94 nur 3,70. Zwei Dosen Champignons de Paris statt 4,40 für nur 3,60. Ein Liter hellen Apfelsaft statt 1,35 nur 1,10. Und nur morgen und am Samstag zweimal ein Liter Upp Vollmilch statt 3,20 nur 2,90. Zweimal ein Liter Upp Milchtrink statt 3,10 nur 2,80. Krivi per Stück nur 70 Grappen. Ananas per Stück nur 2,90. Avocados per Stück nur 1 Franken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.